Was, was ist hier los? Wo, wo sind die alle? Die, die Hälfte ist nicht verschwunden. Der Major hat doch alles um die Ausgrabungen verdoppelt. Was? Klingt so, als wäre man etwas nervös. Haben Sie den Major plötzlich gesehen? Er sieht etwas krank aus. Was? Ich weiß. Otto erzählte, er und Frau von Braun haben über die Sicherheit gestritten. Das hat ihn wohl etwas mitgenommen. Kann man verstehen. Ich meine, sie legt sich ja mit nebenan. Wohl wahr. Wir sehen uns später. Ich muss den Wagen polieren. Wir sehen uns später. 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 Was? 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 Wir sehen uns später. 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 Was ist los? Schnell, schnell! Schnell, schnell! UNTERTITELUNG Was ist hier los? Hey, stopp rüben! Das war's für heute. Schönen Sieg! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist so kalt hier draußen? Also, es soll noch kälter als letzte Nacht werden. Hoffentlich kriegen wir bald neue Decken. Ja, hoffentlich kriegen wir bald warmes Wasser. Ich hab seit zwei Wochen nicht gewartet. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das hier ist mein bescheidenes Haus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020